Lissabon Nach fast einem Jahr, Ex-DSDS-Star Lissabon zieht Ehefazit. Lissabon, 30, steht im August ein großer Tag bevor, zum ersten Mal feiert das einstige Deutschland sucht den Substar-Sternchen ihren ersten Hochzeitstag mit Ehemann Saria. Im Sommer letzten Jahres hatte die Sängerin ihrem Liebsten nach zehn Jahren der Verlobung endlich das Ja-Wort gegeben. Wie sich ihr Leben seit dem großen Tag verändert hat, erzählte die Bezaubernde jetzt im Promiflas-Interview. Neun Monate ist nun schon eine gestandene Ehefrau. Wie es der gerade 30 gewordenen Powa-Ladi damit geht, plauderte sie nun im Gespräch mit Promiflas aus, dadurch, dass wir schon so viele Jahre zuvor zusammen waren, hat sich für uns nicht viel verändert. Es ist eigentlich so, wie es immer ist, nur, dass ich jetzt den schönen Ring am Finger habe. Eigentlich ist alles, so wie es ist, echt toll, zog sie ihre Fazit zum nicht mehr ganz so neuen Beziehungsstatus. Ob die beiden jetzt wohl schon an Nachwuchs denken? Was ihre Zukunftsplanung angeht, hielt sich noch ziemlich bedeckt, ich bin jetzt 30 und wir werden mal sehen, was in den nächsten Jahren noch passiert. Würdet ihr euch wünschen, dass bei uns Saria bald Nachwuchs ansteht? WDR 2022 WDR 2022 WDR 2022